So, hallo, 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 heute spielen wir mit Mario Party, so, okay, ich glaube, es geht jetzt los, okay, nice, weil der Sound ist ja ein bisschen laut, so, okay, ähm, okay, ich werde teleportet, okay, ich hoffe, ihr kennt Mario Party, so, gang-game, okay, gang-game kennt jeder, hier, einfach, Leute, abschließend, man kriegt eine bessere Waffe, aber man ist One-Hit, glaube ich, okay, 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 jetzt kommen wir mit P4P-Skills, oh, ich habe eine rotere Waffe, ich sehe das auch, ich glaube, man nimmt kein Falsch an, ist richtig gut, oh, oh, nein, okay, ich bin tot, egal, okay, hier ist so einer, er macht nicht viel Damage, aber okay, ich glaube, ich werde jetzt nicht so weit kommen, aber Mario Party, glaube ich, kenne jeder, okay, nice, ich habe dir Schwert, okay, okay, jetzt muss ich nur einen killen, daraufhin ich werde weiter, okay, 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 Oh, oh, nein, ok, nein, nich okay, ich habe Srly Smith, aber egal, ich, ähm, gehe weiter, hoffentlich kriege ich einen hier, oh, oh, okay, 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 dann schaue ich hier schnell ab, Nein, okay Das ist urknapp Okay, okay, okay Egal, hier den nächsten Es gibt verschiedene Spielmodi Okay, der ist richtig schlecht Oh, oh Nein, der war richtig low Okay, okay, okay Hier könnte ich wieder abstorben Okay, nee Es war schon aus Ich bin dritter geworden Immerhin Auf der dritten Stufe Ich war schon auf der zweiten Aber ich bin runtergesunken Okay Was ist das nächste? Der nächste Spielmodi Redino Okay, man kann hier würfeln Okay, ich habe hier zwei würfelt Oh, oh Oh, ich habe nochmal Weil ich top 3 war Okay, ich habe 5 insgesamt gewürfelt Okay Oh, Bonus Oh, ich bin 3 Feld zurückgeworfen worden Egal, egal Ich bin Feld 5 Okay, er ist 5,14 Okay Man kann in einem Run Bin ich erster Eigentlich Könnte ich erster sein Okay, ist das hier Okay Okay Ich glaube, man muss einfach die Leute hier runterschmeißen Es gibt hier Sachen Die so am Boden liegen Doch, doch Ja, knockout Man muss Leute runterschmeißen Hier Okay, ich habe das schon Ganz, ganz früher Einmal gespielt Oh mein Gott Oh, ich habe ihn Okay, nice Ich habe einen Nein, ich habe noch einen Oh, ich bin richtig gut in dem Spiel Wow, okay Ich bin nur die Flucht Oh mein Gott Okay, okay, okay Ich gehe noch direkt wieder zu den Leuten Das ist meine Taktik hier Okay, ich habe noch einer Wow, okay Das war sehr knapp Okay, jetzt sind So special items Nein Aber ich habe auch eine kill Okay, okay, okay So, okay Okay, das war richtig Okay, ich habe sieben kills gerade Wow Wow, aber ich habe ihn auch killt Immerhin Okay, noch einer Okay, noch einer Und noch einer Okay, ich habe ihn nicht mitgessen Oh mein Gott, ich habe 30 kills Ich bin gerade erster LOL Wie gut bin ich hier in dem Spiel Okay Okay, es hat gerade gelaggt Irgendwie Okay, das Und Wow Oh mein Gott Kick Ich habe es wieder einer Hier ist ein super Schlag Oh Oder 10 Wow Ich habe es gleich zu den kill Oder runtergeworfen Oh Okay Ich bin schon der Tod Aber ich habe 50 kills Mit erster Easy Easy Oh mein Gott Wie cool ist das denn Okay 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 Hier ist der Browse Nicht der Browse Der Typ hier Ich kenne die Namen Wirklich nicht alle Von Super Mario Oh und hier ist einer Oh oh Bam Und bam Noch einer Okay, das ist einfach runtergeflogen Ich habe richtig viel kills Ich habe 90 kills Okay, das ist auch unten Rekord Das ist ein neunpersönliche Rekord Okay, lol Ich habe schon sehr lange Nicht mehr Mario Party gespielt Irgendwie Letztes Mal habe ich vor zwei Jahren Oder gespielt Okay Ich bin Platz 1 Das heißt, ich habe so ein Bonus Aber ich glaube Es ist egal Okay, ich habe 4 gewürfelt Okay, okay, okay 4 und auch mal 4 Das heißt, 8 Das heißt, ich bin jetzt Feld 10 Irgendwas Er, Feld 13 sogar Okay, okay Ich bin Platz 5 Der erste Platz Feld 17 Okay Ich habe Lasertag Lol Lasertag war ich, glaube ich In Real Life auch noch nie Okay, das ist Lasertag Ähm Wenn du von Laserstag getroffen wirst Bist du sofort tot Das heißt, One Hit macht das Okay Okay, okay, okay Ich glaube, ich kriege gleich eine Waffe Oder so Okay, okay Ist One Hit, okay Und es geht wieder auf Kills Okay, ich sehe keinen Oh, okay Wir müssen gleich eine Kills Nice Nein, okay Der hat mich auch Kills Au Ich bin instinkiert worden Okay, der schlagt Nein, okay Nein, okay Der hat mich killed Oh, oh Ich bin stuck Nein Nein, da muss ich killen Nein, ich bin stuck Als ob man jetzt stuck sein kann Okay, ich habe mich schnell killen lassen Weil sonst komme ich hier nicht hoch Nein, okay Da habe ich auch killed Okay Ich glaube, wir haben uns beide killed Okay Ich habe Der erste hat 15 Kills Ich habe 9 Das ist richtig schwer hier zu treffen Okay Jetzt muss ich irgendwie still stehen Okay Ich bin auch tot Das ist richtig schwer zu treffen Okay Da bist du nicht Rekord Ich habe 12 Ich bin top Das geht eigentlich Okay Nice Nice So Das ist das nächste Oh Toast, Bruder Am Morgen Okay Ich habe 5 Okay Ich bin Feld 18 Okay Okay Ich bin der Typ Von Super Mario Es gibt sicher von euch Irgendwelche Die sich richtig gut mit Super Mario auskennen Ich bin schon im Platz 4 Der erste Also vier Felder Ist der erste vor mir Okay Weltrennen Okay Da bin ich glaube ich richtig gut Hoffe ich Okay 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 Das schaffe ich Das schaffe ich Das schaffe ich gut Hoffentlich Okay Nice Ich glaube ich bin der erste Ich bin einer der ersten Okay 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 Ich bin einer der ersten Und die Spinnenweben haben mich immer übelst genervt hier Okay Okay Ich bin richtig gut Gras Oh 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 Geht es hier so Okay Nice 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 Nein Ich bin die Kopf Nein Ich bin vierter gewesen Also Locker Wenn hier noch irgendwer runterfällt Dann bin ich eigentlich Nein Ich bin schon wieder stark gewesen Oh Oh Okay Es sind ein paar runtergefallen Sabam Aber ich muss ich Gerade konzentrieren Okay Ich bin zweiter Ja Ich bin zweiter Okay Jetzt geht es gleich Das Zielgeraden Okay Okay Zielgerade Okay An der stecken bleibt Dann ist er tot Da bin ich Erster Aber eigentlich ist egal Ob man erster zweiter Oder dritter wird Sowieso ein Bonuswürfel Oder hat man dann Eine höhere Chance Okay Ich bin auch drinnen Und neuer Persönliche Korinther Okay Nice Ich bin zweiter Ja immerhin Ich bin ganz richtig gut In dem Spiel Lol Oder die anderen Gegner sind schlecht Aber ich glaube Ich glaube Das ist nicht so Und ich habe einfach Glück Okay Ich habe einen Zweigwürfel Okay Was gehe ich noch Das heißt Ich habe sechs Ich glaube Das heißt Ich bin auf Platz Okay 1224 Okay Okay Ich bin Ich bin schon besser geworden Vom vierten Platz Bin schon am dritten jetzt Okay Da ist nur fünf Felder vor mir Okay Slime Jump Was ist Slime Jump Okay Ich werde gleich Teleport Okay Ich glaube Ich weiß was es ist Ich glaube Da kommt man zur Plattform Und du musst mal hochjumpen Doch Doch Das ist sowas Okay 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 Das ist richtig schwer hier Und da oben ist gleich ein Checkpoint Wow Da ist es weit hochgegangen Ich kann gleich eigentlich zwei in einem nehmen Und es geht Ich bin erster grad Wenn ich noch nicht gefällt habe hier Oh lol Ich bin schon Ich bin schon oben Lol Okay Ich habe es instant durchgemacht Lol Okay Ich bin schon wieder erster Wie cool Okay Du bist gleich teleportiert So Okay Okay Ich freu mich grad Wer eigentlich der Erste ist Ich habe jetzt nicht nachgeschaut Mit Namen Okay Ich habe neun Neun Felder bin ich vorne Okay Wollte ich schnell die Übersicht sehen Gleich kommt es oder Ja Oder Jetzt Okay Ich bin Platz Äh Feld 33 38 Okay Okay Der Toastbruder Morgen Es fällt 38 Okay Dann halt ein bisschen mehr Glück Aber ich bin schon Top 3 Von allen Okay Was ist das Ähm Buntes chaos Versuch dich So schnell wie möglich Auf den Block Mit der richtigen Farbe zu begeben Okay Wenn du zu langsam bist Scheitest du aus Das heißt Okay Blau Das heißt Ich muss genau am blauen Block hierbleiben Okay Ich verstehe schon Ich verstehe schon Es wird immer schwieriger Helle Grün Okay 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 Was ist die nächste Farbe Orange Okay Okay Was ist die nächste Vielleicht Lila oder so Rot Okay Instant Nice Okay Was ist die nächste Nochmal rot Oh Ist war knapp Es leben noch vier Leute oder so Ne Es leben noch etliche Schwarz Nice Was ist die nächste Gelb Uh Das war sehr knapp Das war sehr knapp Aber ich hab's Nein Okay Bei mir war kein gelb Okay Ripp Okay Okay Es leben noch vier Leute Das heißt Ich bin top 5 Das geht eigentlich Wie schnell es schon geht Hier einfach Okay Jetzt ist rot Wie schnell es geht Hier scheint dem ersten aus Okay Wer gewinnt jetzt Okay Der hat noch gewonnen Der da Der hat so ein special Dings gehabt Genau Es spawnen auch Random solche Ähm Sachen die man praktisch nehmen kann Zum beispiel die plattform die er gehabt hat Okay Drei felder bin ich vorne Das heißt Ich bin 36 jetzt Okay Ich will mal irgendwie ein bonusfeld haben Und doll Das ist eine melone Okay Okay Da vorne sind doch welche Ich glaub die sind Zweiter platz oder so Kinder ist weit keiner Oder Er ist ein zweiter platz Hier vorne Die sind beide erster Okay Heißer kartoffel Okay Ich glaub man muss einfach die kartoffel Irgendwie andere leute rüber geben Das So Ich weiß nicht wie viel felder es gibt Schau ich gleich nach Genau Und ich glaub Er hat immer Eine tnt am korb Der mit der heißen kartoffel Okay Ich hab die erste kartoffel Oh oh Nein Schnell weg Schnell weg Schnell weg Nein Ich hab die kartoffel Nein Ich bin die Insel ausgeschieden Nein Da oben war einfach gar keiner Egal Ich schau halt Die Leute schnell zu Okay Ich glaub da steht Okay Das hier geht damit noch Neun Sekunden Okay Okay man kann die Zeit Gleich auch verlängern Oder so Die Kartoffel So eine Uhr oder sowas Ich weiß nicht Ich hab Mario Party Es gibt ja so ein eigenes Spiel Von Mario Party Ähm Ich hab das glaub ich Auch gespielt hier An Nintendo natürlich Ich hab generell Super Mario Hab ich übelst gefeiert Damals Auch richtig geil Okay es leben noch mal Fünf Leute hier Zwei davon sind Äh heißen kartoffel Okay es leben noch drei Hier ist einer Verstecken sich glaub ich Hier irgendwo Okay Zwei leben noch Okay der ist da unten Okay ich glaub der hat verloren Ja ich glaub der hat den fördern Hat der Toastbruder morgen Hat schon wieder gewonnen Okay 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 Der eine ist Bammel BM Okay So Ich glaub ich kann nicht mehr Erster werden aber Platz 3 jetzt Okay Ja gut es sind auch ein paar Felder ein paar viele Felder Ich hab Ich hab da eins gewürfelt Oh mein Gott Wie viel umgekehrt kann man hier haben Oh und der Okay da hat noch Neulich gewürfelt Nein da kommen schon die nächsten Okay Das Pikachu Okay Ich bin jetzt nicht mehr so weit vorne Okay der ist 43 Lol das ist fünf Felder Die war da sechs Felder vor mir Okay Die sind jetzt schon einiges Der eine ist 13 vor mir Das heißt Zwei ist sechs Und ich bin eigentlich durch Okay was ist das Ampel rennen Okay Ich glaube man muss einfach Wenn äh Das Licht grün oder so geht Und stehen bleiben Nein okay Nein ich bin doch stehen bleiben Okay 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 Nein ich hab mich bewegt Das wollte ich nicht Das wollte ich nicht Okay Ist schon zu Ende War es richtig schwer Manche Modi Aber manche Modi Sind richtig leicht Oh ich hab auch Glück Ich weiß es nicht Jetzt bitte ein sechs hat Dann passt das alles wieder Ah eine drei Und eine drei ist Mittelmäßig zwischen 1 und 6 Oh hi Okay okay Ähm Okay ich bin schon Ich bin weiter hinten Oh oh das ist nicht gut Platz sechs Warte vorne 41 Ja gut Ich kann noch Platz drei Oder so werden Das ist eigentlich mein Ziel Was ist das Okay Im jeden Fall Versuche auf der andere Seite Das Fels zu erreichen Ohne dabei auf die Miene zu treten Okay So ich glaube man stimmt Einfach hier Okay Ich glaube das ist richtig schwer Hier Nein 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 Ich hasse es Nein Ich drehe hier fast gar nicht mehr drauf Ich bin nur in der Luft Über denen Nein Der war hoch Ich dachte das wäre schon Nee Ja Rieb Ja Es ist Rieb Rieb Egal ich kann immer noch eine Sechswürfel Okay 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 hier sind wir schon mit den Drohnen Oh ich hab 5 Okay das ist gut Fast Und 6 Okay Ähm Fällt 45 Okay okay Welche Platz Wenn ich Ich bin Platz Okay 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 Gleich kommt Okay ich bin Platz 4 Okay Ich mein Ich weiter vorne jetzt Ich hoffe 59 Okay okay Ich glaube das habe ich nicht mehr Okay ich muss mindestens 5 Felder jetzt noch vorkommen Ich muss da top 13 Okay Was das Äh wenn die Musik ausgeht Erscheinen Loren Das Ziel ist es nicht auf die Äh auf diese Loren zu setzen Ich lass das nicht Bist du raus Okay Das heißt hier kann ich auch Loren Okay 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 Ich bleib mal hier irgendwie in der Mitte Wo kommen wir sehen Oh nice ich bin da drinnen Welches leckerling Keine Ahnung warum Okay die 3 sind draußen Okay nice Das ist sogar Tetris Okay 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 nice Ich bin da drinnen Okay Will ich dir aber nie 3 anderen Ne 4 sogar Okay nice So gleich kommt ihr wieder Was Okay okay Nein Nein Ja ich bin draußen Ripp Ripperoni Egal Ja ich bin Ja ich hätte Und das ist ein Nein Kid Schreibt mir hier die Musik aus Das nervt ein bisschen So Nein das geht nicht aus Nein Egal Okay okay Äh Okay das Leben Nur mal 4 Leute Oder Gleich noch mal 3 Skorboard rechts Sie gehört zweimal Selben Also sie haben fast Selben Namen Okay 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 Hier Okay okay Der ist draußen Der Kevin ist Pikachu Okay okay Nee der hat gewonnen Nice Ich bin vierter Platz Knapp dran Knapp dran Ich glaube der eine Wird jetzt Ähm Erstes sein Er ist auf dem Mission Fade Okay okay Ah 4 okay Ich glaube Das war ähm Der letzte Wurf Oder Ich glaube ich bin Dritten Ne vierter bin ich Oder dritter Und der da vorne Okay der hat gewonnen Ich bin siebter Was Als ob die alle So weit vor Vor mir sind Aber egal Ja war es für die Folge Lass ein Like Und ein Abo da Für mehr Ähm Mario Party Hier Und ja Und ciao Auf Wiedersehen